Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable Online. Ich mach schon wieder den Anfang hier Idealer heim, denn wir müssen immer noch wieder, also wir müssen schon wieder zu Jill, denn wir haben letztes Mal die Ruf-Quest fertig gemacht, um nach Epona zu kommen. Und zwar brauchen wir jetzt, ich geh's schon mal an, das Dokument, um die Fallen zu deaktivieren, glaub ich. Genau, und da machen wir jetzt weiter. Es tut mir leid, Astrid, aber historische Dokumente müssen von ausgebildeten Historikern gehandhabt werden, so dass es undenkbar wäre, dich mit diesen Dokumenten herumhantieren zu lassen. Wahrscheinlich wäre mein unfähiger Bruder auf die Idee gekommen, dich reinzulassen, aber er ist zum Glück verschwunden. Typisch. Ich bat ihn, eine Reihe wichtiger Dokumente bis morgen in der Früh zu unterschreiben. Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, dass er sich beeilen soll. Okay, wir müssen jetzt auf die Suche nach Jack Goldspur gehen. Und da wir ja schon die letzten Mal ein paar Questen hatten, wissen wir dann mal drauf, dass er hier oben steht. So. Hey, was geht? Hast du Jill gesehen? Ich versuche, mich vor ihr zu verstecken. Sie will, dass ich arbeite. Schlimm, was? Sie will, dass ich diese langweiligen Dokumente hier ausfülle. Siehst du? Schau dir das mal an. Ups. Oh, Jack. Huch, da fliegen alle wichtigen Dokumente mit dem Wind davon. Wie schrecklich. Da kann man wohl nichts machen. Sollen wir ein paar Videospiele spielen, Astrid? Du willst in die alte Bibliothek rein? Warum? Da gibt's nichts Tolles, nur eine Menge Bücher und Papiere. Du musst da rein, aber Jill lässt dich nicht? Okay, natürlich riegele ich das, mein Freund. Aber vielleicht kannst du mir vorher bei etwas helfen? Ja? Cool. Jill wird sauer sein, wenn ich diese Papiere nicht unterschreibe. Kannst du das erledigen? Bitte? Bitte? Ich verspreche, dass ich dich dann in die Bibliothek lasse. Hilfst du mir? Super, duper. Hier, nimm meinen neuen Stift. Der ist der Wahnsinn. Oh, danke, Jack. So, super, duper Stift. Eins von hundert. Hilfe. Aber stimmt, das ist neu, vorhin musste man ja alles da... Oh mein Gott, ist das praktisch. Man muss die Items nicht mehr draufziehen. Drei. Vier. Komm. Hier macht auch so tolle Geräusche. Oh. Was passiert jetzt? Viele Stunden später. Ja, ja. Hundert Dokumente unterschreiben. Wenn ich jetzt davon keine Blasen hab. Was? Du bist schon fertig? Klasse Stift, was? Ja, Jack, super Stift. Also, da wäre noch eine Sache, die du für mich tun könntest. Bitte? Cool. Weißt du, alle hier in der Stadt haben etliche Meinungen, was ich machen soll. Ich versuche dem Ganzen keine Aufmerksamkeit zu schenken. Aber jetzt habe ich Jill versprochen, die Bürger von Angesicht zu Angesicht zu treffen. Es ist wohl ganz gut für mein Image, wenn ich mich dort blicken lassen würde und ich stimme zu. Wer will nicht gerne so eine nette Person wie mich treffen? Aber ich habe nicht wirklich Zeit. Ich habe zur Zeit viel wichtigere Dinge zu tun. Bürgermeister-Sachen. Du weißt schon. Vielleicht kannst du das für mich erledigen? Kannst du das? Bitte. Cool. Komm später einfach zurück. Dann lasse ich dich in die Bibliothek. Ich schwöre. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das so viel bringt, wenn wir das machen. Die Müllabfuhr ist eine Katastrophe. Erst letzte Woche sah ich eine Ratze über die Straße. Früher war es besser. Wenn Evelyn Goldspur doch nur wieder Bürgermeisterin wäre, wäre alles wieder in Ordnung. Ich hoffe, das stand da jetzt. Würde auf jeden Fall passen, textlich. So. Kann die Stadt keinen Aufzug runter zum Hafen bauen? Der Weg ist soweit. Ja, das ist aber wohl mehr kann auf hohem Niveau. Hol dir ein Pferd, dann geht's schneller. Ist doch jörgelt. Jeder hat doch hier... Oder was? Jeder hat doch Gäfte. So. Die Müllabfuhr leistet gute Arbeit. Es leistet gute Arbeit. Es gibt kaum Rat. Meine Katzen haben nicht zu fassen. Okay, anscheinend arbeitet sie jetzt zu gut. Für die einen ist es zu schlecht. Für die anderen ist es zu gut. Also man kann es auch nicht immer jubeln. Es ist einfach so. So, und für euch? Warum nicht das niedergebrannte Haus auf der Insel des morschen Zahnabweist? Okay, so schnell war ich dann doch nicht hinter. Ah, im Leser... Also wenn ihr wissen wollt, was die gesagt haben, müsst ihr einfach kurz zurückspielen und das Video kurz sehen. Ah. Ob ich weiß, wo Jack ist? Ist er wieder verschwunden? Hm, das war schon. Nun ja, Jack ist etwas unzuverlässig, wie du weißt. Ich denke nicht, dass er dich reinlegen wollte. Er war sicher nur gelangweilt. Jedenfalls habe ich darüber nachgedacht, was du über die Bibliothek gesagt hast. Ich kann dich zwar nicht hineinlassen, aber ich kann dir anders helfen. Hier hast du eine gescannte Kopie des Yala-Song-Codes. Bringen sie zu Joriff. Ah, ja, perfekt. Wir haben jetzt eine Kopie. Danke, Jill. Das sind doch super Neuigkeiten. Wir brauchen ja nicht zwingend das Original-Dokument. Eine Kopie reicht doch auch. Warum hätte das nicht eher gehen können? Dann hätten wir uns jetzt die 100... Okay, die 100 Stunden wahrscheinlich nicht für 100 Dokumente, aber dann hätten wir uns jetzt die... Ja, Arbeit gespart, wo wir dann die 100 Dokumente da unterschrieben haben für Jack. Und Jack hat ehrlich seine Arbeit selber gemacht. Ich glaube, hier lang zu halten ist nicht die beste Angritze. So. Ja. Oh, das ist schon. Da habe ich auch noch ganz ein Gescheier, glaube ich, genau zu. Müssen wir bald echt ein neues Pferd knacken? Nein, ich muss jetzt überlegen, was? Und, ah ja, dauert vielleicht dann doch noch, bis ein neues Pferde-Kopf-Video kommt. Ich muss mal gucken. Du hast den Yala-Song-Code gefunden? Gut. Gut gemacht, Astrid. Aber jetzt beginnt der schwierige Teil. Wir müssen den Yala-Song-Code knacken. Leider ist die Anleitung zum Knacken des Codes verloren gegangen. Aber ich denke, ich weiß genug. Hm, das sieht nicht allzu kompliziert aus. Ich bin gut in Mathe. Ich bin gut... Ich bin gut in Mathe. Kann es also sicherlich entziffern. Aber ich brauche deine Hilfe. Sehr viele Dinge, die man gleichzeitig im Kopf behalten muss. Wenn du mir bei dieser kleinen Kopfbrechenübung hilfst, lösen wir den Code mit Sicherheit. Bist du bereit? Oh Gott, der ist noch Mathe. Also, wenn A eine 3, B eine 4 und C eine 5. Was ist dann D? Eine 6. Die gehen beide hoch. Gut. Lass uns fortfahren. Lass mal sehen. Wenn C eine 40, B eine 30 und A eine 20. Was ist dann D? Eine 50. Weil das D ja vor der 40 steht. Ausgezeichnet. Jetzt bleibt nur noch eine Sache übrig. Wenn A eine 6, D eine 12 und E eine 18. Was ist dann F? Also, hier fehlt ein Buchstabe zwischen. Hier fehlt auch einer. Das heißt, das Nummer 6er Schritte hilft 3, also 21. Ha, ich glaube, ich habe diesen Code geknackt. Danke für die Hilfe. Kein Problem. Hm, ich denke, ich fange an zu verstehen, wie der erste Code aufgebaut ist. Aber ein Teil ist noch übrig. Wir haben noch einiges an Arbeit vor uns, bevor wir den Jahrlaust-Code wirklich verstehen. Hoffentlich denkst du nicht, dass meine Fragen seltsam sind. Aber ich verspreche, dass sie mir helfen. Einfach alles besser zu verstehen. Alles klar? Bereit? Gut. Lass uns anfangen. Wenn Schwarz-Weiß ist und Heiß-Kalt, was ist dann schwer? Äh, leicht. Gegenteil. Gut, gut. Schauen wir mal. Wenn 1 eine 3 und 2 eine 4. Was ist dann 1 plus 2? Äh, 7? Ach, gut, gut. Versuchen wir es damit. Hut, Mut, Berge und Zwerge, Koch und... Loch? Das sind Reine? Ha, ich glaube, ich habe diesen Code geknackt. Danke für die Hilfe. Immer noch? Kein Problem. Gut, fast fertig. Ich muss nur noch herausfinden, wie das letzte Stück ins Gesamtbild passt. So, bist du bereit? Es ist wahrscheinlich der schwerste Teil. Jetzt denkst du dir sicher, dass meine Fragen verrückt wären, aber keine Sorge. Es wirkt vielleicht unkonventionell, aber es ist ehrlich gesagt eine sehr gute Methode, die ich da habe. Alles klar? Delfine, Garnele, Qualle. Was jetzt? Äh, es... Ähm... Ei, es sind Wassertiere. Banane, Apfel, Orange. Was jetzt? Äh, es sind... Oh, ist das eine Birne? Ball, Erdbeil, Blase. Was kommt als nächstes? Äh, die Sonne ist rund. Ha, ich glaube, ich habe diesen Code geknackt. Perfekt. Ha, wir haben es gelöst. Ich schreibe dir die Entzifferung auf. Hier, bitte. Mit dieser Anleitung wirst du in allen Fallen auf dem Geheimpfad über das Grautagebierge vorbeikommen. Du weißt, wo er beginnt, oder? Ansonsten rate ich dir, auf dem Goldspuranwesen nachzufragen. Dort kennt man den Weg. Yippie. Das haben wir gut gemacht, Astrid. Hier ist die Entzifferung des Yala Song Codes. Alles lumpenrein aufgeschrieben. Wenn du es dir genau durchliest, solltest du sicher auf dem Geheimpfad über das Grautagebier gereiten können. Erzähle Hermann von diesen guten Neuigkeiten und grüße ihn von mir und meiner Familie. Wir stehen auf seiner Seite im Kampf gegen die GED. Aber das weiß er bereits. Bis dann, Astrid. Alles klar. Dann nichts los zu Hermann. So, das heißt, wir haben jetzt die Hälfte fertig. Und das andere müsste noch ein Rufblocker sein, weil ich es richtig verpasse. Das nicht. Das auch nicht. Ist das kein? Ist das kein Rufblocker mehr? Ich hätte gedacht, wir müssen bei der Goldspur-Familio Ruf sammeln. Ich brauche mal kurz mal ein Rufi. Goldspur. 440. Da bin ich jetzt freundlich. Jetzt ist gar nicht, dass ich freundlich sein muss dafür. Gucken wir mal kurz auf die Map. Ja doch, das Hochblocker. Gut, dann stand da wahrscheinlich einfach nicht im Quest-Bingel drin. So, Hermann. Hallo Astrid. Alles gut bei dir? Was sagst du? Was sagst du? Du hast den Jarlassum-Code geknappt? Fantastisch. Und daran steht, wie man an den Pfeilen auf dem Geheimpfad über das Grautau-Gebirge vorbeikommt? Unglaublich. Ich würde mir das gerne einmal durchlesen, damit ich mir alles einprägen kann, was dort steht. Wir sollten bald soweit sein, uns auf den Weg nach Epona machen zu können. Alles klar. Jetzt fehlt nur leider der zweite Teil. Und ich habe ehrlich gesagt keine Idee, was für Quests wir da bis machen müssen. Weil wir da auch gar keine Quests hier zu haben. Gut, die Folge ist ja auch schon recht weit fortgeschritten. Ich weiß, dass eine Quest hier auf der Mitte noch recht kurz ist. Dann würde ich sagen, wie halten wir da noch hin? Und dann gucke ich mal zur nächsten Folge hin, was wir dann machen. Dann müsste nämlich auch... Genau, dann kommt ein neues Pferd, weil wir sind ja jetzt bei Folge 70. Und ich wechsle ja so alle zehn Folgen immer die Pferde durch. Dann muss ich mal gucken, ob es Strawberry Power oder Lemon Heart sein wird. Ich glaube, das waren die einzigen, die ich noch habe. Ja, und was wir machen? Vielleicht machen wir die Story-Quest nochmal weiter. Wir haben jetzt sehr lange die Story-Quest noch nicht mehr gespielt. Weil hier unten kommen wir jetzt eh gerade nicht so richtig voran. Ich meine, die ganze Map ist so voll von den ganzen Quests. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Wir kriegen so viele neue und durch die Updates kommen auch immer neue Quests, die man auch schon machen kann. Also ihr hättet ja gerade schon gesehen, es ist so voll. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Welche Quests in welcher Reihenfolge, weil ich möchte sie ja alle machen. Sondern, aha, ja, der Hauptzweigfest ging eigentlich da nicht so schlecht. Und hier steht ein Club. Da haben wir natürlich gerade nicht das. Boah, welche Rasse ist das denn noch? Was ist der Adelna? Könnte passen. Aber ich weiß nicht. Na, wir sind nämlich gleich da. Das ist nämlich auch, ja, im Quest-Dominium steht es unter Haupt-Story-Quest drin. Aber soweit ich im Kopf habe, geht die Quest nicht allzu lange, die wir es halt hier jetzt noch gut machen können. So. Steht nämlich ein Ballon. Huh, hat's gereckt. Genau, mit einem Mann mit einem Kühlschrank. Hunger und Müdigkeit werden mich nicht aufhalten. Aber hallo, ich bin der berühmte Abenteurer Nick Stoneground. Ich bin mir sicher, du hast von mir gehört. Ich habe gerade ein wahnsinns Projekt laufen. Ich werde auf eine neue, epische Expedition gehen. Kannst du mir mit einer kleinen Sache helfen, während du hier bist? Klar. Super, ich brauche jemanden, der diese Seile für mich losbindet. Dieser Ballon wird mich zum Tal des verborgenen Dinosauriers jenseits der Wail-Dilberge bringen. Ich bin mir sicher, dass dies eine erfolgreiche Expedition wird. Meine Expedition wird legendär. Und dadurch, dass du mir hilfst, wirst du ebenfalls weltberühmt. Erstmal muss die Expedition aber losgehen. Es gibt vier Seile, die du losbinden musst, damit ich losfliegen kann. Alles klar. Und jetzt haben wir angefangen, hoch bei AAE zu sammeln. Durch den Kompass, das wir jetzt schon sammeln. Aber da gibt es so ganz viele verschiedene Späte. Also, ich kann das sehen, dass wir jetzt bei einem neuen sind. Alles klar, los geht's. Luftschiffe, Ballons und Zeppeline. Das sind super Sachen. Jetzt ist es an der Zeit. Wir sehen uns. Ich begebe mich auf die Reise zum Tal des verborgenen Dinosauriers. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald. Tschüss. Und während der Ballon jetzt wegfliegt, beende ich die heutige Folge auf. Und dann beim nächsten Mal gucken wir mal, wo wir uns dann wiedersehen. Wie gesagt, ich muss noch gucken, welche Quest ich dann als nächstes machen möchte. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.